Liebe Österreicherinnen und Österreicher, in wenigen Tagen ist die Wahl zur Bundespräsidentschaft und ich würde mir hoffen, dass sehr viele Österreicher und Österreicher nur dorthin gehen. Die momentanen Umfragen für die Wahlbeteiligung sind nicht besonders hoch und ich glaube, alle sollten das Wahlrecht in Anspruch nehmen, das hart erkämpft wurde und am Sonntag wählen gehen.